Was machen Sie eigentlich hier gerade? Ich mache jetzt ein Rote-Beete-Weiße-Schokolade-Gin-Fizz. Und das schmeckt? Das klingt ein bisschen verrückt, aber es schmeckt wirklich. Das ist der neue Trend? Ja, so ein bisschen Veggie in der Barszene. Die Kombination aus Küche und Bar wird immer beliebter. Das heißt, Trinken ist auch gesund? Kann auch gesund sein, ja. Das heißt, Trinken ist auch gesund.